Hallo meine Freunde und Herzlich Willkommen zu einem Neulang gespielt Badland Brawl Willkommen bei Badland Brawl los ich zeige dem die Grundlagen fangen mit dem Probetraining an Training Grundangriffe Zerstöre den anderen Ton Ach Schleudere die Bomben auf die Brücke und lasse den Turm zerstören Turm verwundet, 740 Oh, da hat er noch mal weniger Leben 3000 Leben insgesamt Gut, verteidigen wir jetzt den Turm Ziele mit dem Pfeil auf gegnerische Klone Unschlagbar Umgenatzt Wow, mal sehen wie du mit Kombos klarkommst Kombos ist enorm wichtig, da die meisten Klone nicht bis ganz zum gegnerischen Turm geworfen werden können Bringen wir mit Big Smith Bomben zum gegnerischen Turm Der schleudert die hin, Mann Zack Die Bomben liegen da einfach nur so Die explodieren aber gleich Zack Wir haben 30 Pokale bekommen Und 7 Münster Dein Ei Acht Pokale für das hier und jetzt ist es abgecrasht Na, sowas aber auch Crash das Game einfach Ja, kann mal schon passieren, ne? Öffnen wir mal das Ei Da ist eine Normalbombe drin Zwei Stück, das heißt wir können die verbessern Und einen Striker Boy Eine Explosivrakete Ein bisschen Gold So viele Klone Welche haben wir gerade? Der Explosivrakete Striker Boy Und die können wir natürlich verbessern 22 Tonschaden dazu Ein bisschen Flächenschaden, Stampfschaden und so weiter Kämpfen wir Minibomben Testen wir die neuen Klone Die Pfeile sind gut für die Bluffer Und Big Smith für die Bodenverteidigung Na dann, zeig mal Ich will einfach ausschneidern, ne? Weiß ich ob die gleiche explodiert bei mir? Naja, du mal weißt es schon Schau mal auf die Rundenanzeige Wird ein Klone besitzt und der Turm bestätigt Füllt sich der Balken Ist sie gefüllt passiert, was übernatürlich ist Seht ihr da aus, ob es heute Bomben regnet? Guck mal doch mal Minibomben Übernatürliche Dinge passieren Schobst du die Bomben mit dem Klon zum anderen Turm Platsch Eine Explosivrakete Bam, 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 bam Uiuiui Ah, nicht zu mir, danke Einmal noch Bam Schmeiß nochmal alles hin Wow Noch ein Sieg und noch ein Ei Nehmen wir das nächste Ei Was ist da drin? Eine Minibombe Pfeile, die können wir verbessern Sehr gut Eine Drohnenbombe Und da was Gold Na, die nehmen wir doch gleich mal mit Die Minibomben und natürlich den Feiring werden wir noch verbessern Einfordern Und verbessern wir ihn mit 4 Schaden und 2 Gewicht Was auch immer das Gewicht ausschlaggebend ist Die Gesamthansa Trophäen Gesamthansa Trophäen aller Klone Und zeigen den Fortschritt an Deine Trophäengesamtzahl wird benutzt, damit du gegen das Spiel antrittst Die eine ähnliche Trophäengesamtzahl haben Ei, ei, ei Immer noch Trainer Miko Zeit zum Kämpfen Zuerst du den Jährigen mit allen Klonen Klon zu schleudern kostet Mana Das ist unsere Mana-Leiste Mit genug Mana können wir einen Klon schleudern Eine Drohnenbombe Eine Drohnenbombe Ich hab mich selber getroffen Eine Bombenspinne Tja, bombisch 75 Schaden Aua platz die wollen wir dann fehlen aber so ist umgenutzt den bot neues land erreicht der dschungel mittag im dschungel morgen waren wir gewesen ist im dschungel mittag wir haben in silber eier gewonnen sie können für mehrbildung aufgewertet gleich verstand ab heute geöffnet werden zweifach aufwerten drei stunden ich weiß nicht wie du heißt test das war's wir waren spieler bereiten los geht's er kämpfen wir uns das lande straßen boden was ja wir mussten boden eier pfeile striker boy etwas gold über das striker boy aufrüsten drei stunden dauert er zum aufwerten okay also hier zweifach karl suche nach gegnern wir spielen gegen veronica veronica ebenso keine ein plan so wie ich hat er ganz viele kleine hat der typ ganz ganz viele kleine veronica und veronica zurückgeschossen das ist ja und cool wie doof sehr lucky für mich gerade würde ich mal sagen es ist eine genische bombe da kommen die letzte bombe noch 60 sekunden und die letzte noch epischer sieg zu null nicht ein einziges zahnrädchen bekommen verdienen die belohung wie ein ex-symptom skin die mutige seiten eier und geld mit einem kampf was du musst da wieder echt geld bezahlen öffnen hunde achten die die spawnt hat gerade schon ziemlich viele von diesen hässlichen kleinen einsatzviechern da können wir auch noch alles einfordern überall zehn trophäen 20 trophäen neue stufe 150 leben dazu und zwei tonschaden dazu eins so sieht es aus vier nester können wir auch die gleichzeitig öffnen edi relian der ebenfalls ein level ab bereits stand auch mit einer bombe immer gut sehr unglücklich dass meine bombe nicht weiter kommt zack piu 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 bäm das war zwar zufall aber hey so lange es funktioniert einfach weggekloppt ach guck mal da kommt er wieder eine bomben spinne na klar kommt die bombe wieder zurück zu mir wäre ja doof sonst ne ein piu 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 präz Leader вал schutz v resort dazu Okay Eins silberei Okay, jetzt geht die gleichzeit, alles klar man kann sie halt nur gratis öffnen Verstehe, sammeln Achso, das geht auch, das andere wäre halt entsprechend mit Battle Pass Dass wir mehr Belohnung bekommen würden Big Smith, hm, können wir weiter entwickeln, ja, 253 Gold ist aber viel Rang 2 haben wir dann hier, 250 Gold Und so weiter, und mit Battle Pass würden wir halt noch mal zusätzliche Belohnung bekommen, 400 Edelsteiner Und dann das Schnascherei Ei, und so weiter Und die können wir entsprechend verbessern Ein paar Pünktchen Alles können wir hier einfordern Alles wieder einfordern Sammeln 20 Fänen, sammeln 30 Fänen, sammeln dies und das Und so weiter und so fort Gut, Leute Mein Team Was haben wir sonst noch so Shop Stammereignisse Das ist quasi ein Clan Eine Gilde Tritt einem Stamme und nimm an einem Stammesei für weitere Belohnung teilen, ey Okay Gut, Leute Ich würde sagen, das war's, was wir sagen Ist mir zu Badland to Brawl, wenn es gefallen hat So heißt das Spiel Wir sehen uns beim nächsten Mal da wieder Bis dahin Bei Angespiel Ciao, ciao 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 Ciao